Der Dingens in der Smelltree ist auch noch... Ganz hinten durch, weil er weit steht. Okay. Wir haben ja fast 3 Stunden jetzt aufgenommen und die ist gerade mal bei 40,45%. Ja, scheiße, ne, würd ich sagen. Wir müssen noch so lange aufnehmen, bis wir fertig sind. Nein. Doch. Nein. Gut. Lass die nach der Aufnahme dann wieder laufen. Und hau die anderen von der Whitelist wieder runter. This is how we do it. Du wirst vielleicht schon nicht drauf sind. This is how we Whitelist. Ja. Alright. Und... Hey Dede, was machst du? Achso, du suchst, ne? Ich suche nach Material. Ja, viel Spaß. Ja, hab ich aber nicht. Nicht? Weil ich das nicht verstehe. Verstehe ich. Mach doch zum Beispiel Wasser. Hast du schon mal Wasser gemacht? Ja, ich weiß, aber ich verstehe wie ich noch mehr Punkte daraus kriege als ich schon hab, weil... Wenn die Punkte leer sind und ich nichts mehr zum Researchen habe, wie soll ich das dann noch nicht? Du kannst auch wieder neue von den Dingern herstellen, ne? Wie denn? Du kannst aus anderen Punkten, glaub ich, aus Doppel-Earths, kriegst du Veritable oder... ...weil irgendwie das ist. Ja, das krieg ich kein Earth mehr haben. Ja. Klar, da kommt doch noch keine herzliche Spinner. Dann holst du dir einfach... No... Äh... Aura-Notes. Ja. Aura-Notes? Ja, wo soll ich die herkriegen? Ja, die sind über auf der Welt verteilt. Die müssen mal so rumlaufen. Was ist denn mit der... Fuel-Notes hier kaputt? Ja, die sind... Die sind schwer verteilt. Ich weiß... Ich hab eben... Ich hab schon wieder Graffit, braucht ihr noch Graffiter? Ich hab vor allem übergelegt gar nichts gemacht. Ey, ist doch klar, dass das bei dir nicht legt. Alter, oh, hast du das Kabel langgelegt, bist du scheiße! Das fragst du dich ernsthaft. Was denn? Töd dich gleich, oder? Boah, Lenny, ist so behindert. Echt. Warum? Was ist denn hier für'n Müll? Oh, okay. Ey, nicht fressen. Nicht gesund. Dumm, Lenny? Ich muss das Mikro rein gecruncht. Was macht der denn? Ja, alles scheiße verlegen. Tut richtig im Kopf weh, der Junge. Aber so richtig. Wie kann man das so kacke verlegen? Ich hab das für'n Problem. Hä, ich hätt das außerdem gar nicht so gemacht. Ich hätt ein Tesseract genommen, ganz ernsthaft. Nein, das doch nicht. Ja, mh. Ein Tesseract, warte, komm mal her. Komm mal her, eben noch mal. Was willst du denn mit einem Tesseract? Von hier? Nach hier? Ja, sparst du schon mal? Ja, und? Ist egal. Musst du dir noch ein paar mehr Pfeifes machen. High five. Du hast mich grad geheil gefeift? Okay. Genau, wie ich schön sag. Die bauen das immer so komisch hin, wo gar kein Platz an dir ist. Und alles so verdammt scheiße aussieht. Ich hab's einfach in Boden gebaut. Und alles so verdammt scheiße aussieht. Und alles so verdammt scheiße aussieht. Was ist hier hinten? Ah. Jetzt ist sie mal der Lied. Ich bin so viel mehr Platz. Welches ist sie hier denn? Bitte? Ich muss nur noch breiter werden. Ich muss nur noch breiter werden. Hier drinnen gar nichts. Das ist... Reconnect war. Reconnect war. Reconnect war. Oder was? Ja, oder? Interessiert mich nicht. Ja. Mit Helfs ist es hier? Ja. Das ist ja Klu. Oh, Fleck ist es. Lecker. Geil. Dafür baust du diesen Scheiß dahin oder was? Ja. Ja. Damit ich Klu. Für mich selbst mal reingibt es einfach zwei Lennys. Hm. Sie hat grad irgendwas gezischt. Also zwei hässliche Vögel. Ja. Hm. Ja. Gibt es hier auch einen Reaper? Nein! Jetzt liegt der Lenny auf dem Reaper. Ja, ja, Black. Black top. Hi, Black. Erstmal Lenny töten. Naja, Lenny 2 töten. Wenn da schon leck ist, dann mach's auch so schnell weg. Das ist voll witzig. Der hat dich zerstört und dann kam so ne Flüssigkeit aus Lenny. Black, wenn du reconnectest, siehst du das? Nein! Nein! Black, wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Black. Hi, da. Black, wo ist das jetzt? Hast du das? Jo. Hast du das? Hast du das? Gib. Gib. Alter. Lenny. Übertreib mal mit dein Mikro. Bist du den King da drin? 100 Stunden warm. Bist gefühlt. Kann auch gehen. Black's butt. Typ. Was kaputt macht? Was kaputt macht? Alles. Nein. Black, gib. Alles was zu mir gehört ist auch gleichzeitig Flash, ne? Das ist dir schon klar. Black. Und Flash ist ein aggressiver Mensch. Ja, eigentlich ist es ein anderer. Black, gibst du das bitte? Black. Warum bin ich ein aggressiver Mensch, Dede? Weiß ich auch nicht. Wollt jetzt irgendwas zu dem Gespräch beitragen. Black. War ich jemals zu dir aggressiv? Aggressiv? Aber es hat dich getötet, Lenny. Oh, das ist ein Egg. Boah, geil, Alter. Ich hab das Zeug zu mir nicht. Ja. Oh, Lenny, du hast keine... Wann machst du das nun? Krass. Oh, Lenny, bist du grad gestorben? Ja. Haha. Hab ich was, hab ich was. Diese komische Chamber. Ein Chamber. Oh, Centrus hast du die. Nö, dann schuldet mir Blacks. Zwei Emirates. Nö. Vier Obsidian. Nö. Bisschen Glas. Obsidian hat ja genug, er hat das alles bei mir platziert. Musst du die abholen. Ja, jetzt kann ich wieder irgendwas zusammenwürfen und ich werd's wieder nicht hinkriegen, weil ich wahrscheinlich total schlecht fühle. Schleicht. Schleicht. Wenn ich das und das mache, kommt doch immer raus nochmal hin. Und das und das und das und das. Wenn ich das und das mache? Ach, Sheet. Und dann das und das. Nein. Und das und das. Das? Und das und das. Nein. Nein. Oh, nervt das. Das ist gut. Mit? Scheiße. Oh, ne Hure. Er ist genau durch dich durchgelaufen in dem Moment. Ja, das ist jetzt blöd für euch, ne? Black. Ich hab keine Spritzen mehr. Ich hab keine Spritzen mehr. Ich hab die komische Chamber jetzt. Nö. Black. Ich hab's schuldet mir die jetzt. Tote ich die nicht? Doch. Nein. Ich hab's eigentlich auch nicht. Du schuldest mir wertvolle Zeit. WTF? Wertvolle Zeit, die du mir ganz... WTF? Wenn du deine Sachen suchst, ne? Centos hast du die... Die sind verteilt. Ne, die sind im E-System. Und was haust du mich, du Arsch? Habt ihr denn den Scheiß-Ding da nicht? Deine Scheiß-Klon-Rotze. Wo ist mein Richstone-Energy-Dingens? Da im E-System. Ne, ist nicht. Ich hab nichts ausgesammelt. So. Ich muss mich grad gehauen. Ich glaub... Ich muss mich grad auch noch mal gehauen. Ich hab mich VTF noch mal gehauen. Wart mal, ich tu mal das hier rein. Betreib doch einfach mal. Jack schuldest mir jetzt zur Emerald. Löse mir wertvolle Zeit, in der ich getötet habe. Ah, ich hab's hier. WTF, hier ist ein Chesspad von dir. Wie, du hast... Die ist von WTF. Wo ist der Induction-Smelter? Äh, hier einer von denen. Wer hat was gefunden? Meine Schaufel. Ich hab meine Zelle gefunden. Deine was? Meine Zelle, du Sch... Was? Wenn du deine Sachen suchst, das ist alles im E-System drin, Lenny. Was müllt sonst mein Inventar zu? Wir gehen nirgends so. Gucken wir mal auf der Wiki einfach. Ja, hab ich. Achja. Portal-ID Post... Äh... Äh... Blink, warum muss das so asozial sein? Einfach meine Arbeit von einer Stunde kaputt machen. Du hast gearbeitet? Du hast was getan? Ja! Ich war die ganze Zeit in der Mine! Wir gehen aber in die Säure-Mine los, Lenny. Fahr'n und... Geh' in die Säure... Hey! Arm. Du guckst also auch Space-Frogs und so? Ja, was dumm. Na cool, ich Space-Frogs. Wer guckt keinen Space-Frogs? Ey! Kötet euch! Kötet euch! Kötet euch! Kötet euch! Bist du vielleicht, können wir deswegen nicht Freunde sein? Irgendwie... Ähm... Irgendwie Essenz-Dust, ne? Ja. Wir haben noch ein bisschen mehr als ein Stack. Reicht dir das irgendwie? Da komm ich nicht mit aus. Weißt du, wieviel Extreme-Dust frisst? Ja, aber das ist besser als nix. Ja, immer mal hinher damit. Hast du irgendwie ein paar Ender-Paren für mich oder so? Jaja. Wieviel willst du? Wär das ganze Wibijahr halt. Ich glaub, die... Ender-Parene hat dir ja auch so gegeben. Ich? Nein. Ne? Sicherlich nicht. So behindert. Wir geben dir die ganze Zeit Essenz-Dust. Und du? Das gibt mir die ganze Zeit Black. Hab dir auch schon recht viel gegeben. Auch egal. Aber das ist ein kleiner Untertitel. Die Essenz-Dust und Ender-Perlen. Ja. Aber nicht. Doch. Wieviel brauchst du denn? Aber nicht. Ich hab ne Research-Node. Ist ja krass. Und wie mach ich dies auf? Ich brauch... 4... 8 Ender-Perlen. Dann musst du so viele. Halt. Ja. Das reicht. Ist ja voll lächerlich. Das ist ja noch schwerer. Hier ist ein Name. Dash, wo bist du? Ach, Heulo. Unten. Dash hast du mir Bescheid? Bitsch. Für was? Oh, für Emeralds. Nein. Ich bin teuer. Warte. Dreck, ich tue es dir unten. Ach, äh. Hier. Ich tue es dir unten rein. Dankeschön. Äh? Hat sich VTF-Team nicht? Was? Was? VTF hat sich die Zelle, oder? Ach, dann mach ich 23 Minuten. Heute mal. Ich muss schon ein Amazes-Team. Ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich so eine Stalinistin. Ich bin eigentlich so ein, was ich nicht so ein bisschen Cocktail. Ich bin eigentlich so ein, was ich wirklich so ein bisschen schmerzen.